Ihr Blutsorger, ihr nehmt mir alles weg. Ich kann nicht mehr und ich muss, ich muss, ich weiß nicht was ich muss, aber ich kann nicht mehr und ich möchte, ich weiß es nicht, das nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsorger, ich bin kaputt, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ich habe kein Blut mehr, ich kann nicht, ich habe kein Blut mehr, die letzten Tropfen Blut, alles weg, ich habe nichts mehr, ich habe gar nichts. Ihr seid abarmuslos, ich brauche mein Blut und das kriegen die wieder. Ihr Blutsorger, ihr Schweine, ihr habt alles ausgepumpt, alles rausgemacht aus meinem Körper. Hilf mir, hilf mir bitte, hilf mir. Kannst du mir helfen? Ich kann dir nicht helfen. Kannst du mir helfen? Ich bin selber kaputt. Hilf mir doch bitte auf. Ich habe es nicht. Wie solltest du machen? Ich habe es nicht. Helf mir, hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Doch, du musst mir helfen. Ich kann es nicht, Mann, ich bin froh, wenn ich selber aufstehen kann. Du musst mir helfen. Nein, ich schmeiß mich jetzt nicht über Kopf hier. Und bin ich nachher wieder am Krankenhaus. Da habe ich kein Fun. Hilfe bitte. Ich kann es nicht. Ich bin selber ein Krüppel. Ich kann es aber nicht. Ich bin ein Krüppel. Ja, und? So, Hilfe bitte. Du schaffst es doch, Herr, im Ruhe. Nicht anfassen. Hilfe bitte. Ja, nada. Kannst du mir so ein kleines bisschen, bisschen helfen an der Schule? Nein, geht auch nicht. Kannst du mir helfen, bisschen? Ich kann es nicht. Richte dich auf und zieh mir den Hocker jetzt nicht unterm Arsch weg. Das schaffst du nicht. Ja, du hältst dich aber schon just an fest. Kannst du mir helfen? Ich kann es nicht. Du kannst mir nicht helfen. Ich habe genug eigene Probleme. Ich komme selber nicht hoch. Ich kann dir aber auch nicht helfen. Tut mir leid. Ja, da muss jeder für sich sorgen. Ja. Gut. Abgemacht. Es tut mir leid. Braucht ihr nicht leid. Aber die ganze Scheiße, was alles passiert, alles, was der Staat macht, ist alles gegen uns. Nur gegen uns. Ja. So. Und die wollen uns so reinlegen. Wen ihr Geld, wen ihr das, wen ihr das. So. Und dann wirst du kriminell. Irgendwann. Was bleibt nicht auf? Ich sage es dir nur. Ich habe nur gefragt. Optimiert und ferns. Kann ich nicht. Gute mal da.